Uuuu, hey you guys, I have a happy boy. Today I have company. Das ist Vanille. Ah, der Kater von meinem Geschwisterchen. Und ich bin gerade in der Wohnung. Und du bleibst hier. Du bist beißt. Beißt mich. Beißt mich. Beißt mich. Hm. Ähm. Er ist sehr niedlich und ziemlich ein Vollidiot. Und er versucht, das immer zu bekämpfen. Wie ihr seht. Ah. Jetzt hat er sich in meinem Armband verfolgen. Hm. Alles gut. Okay. Während er ist jetzt doch wirklich beruhigt. Nein. Aber hier bleibt. Beklassen nicht. Ich habe Post bekommen. Ein Paket. Totalbruchszeichen. Von Pets of World. Ähm, soweit ich weiß. Au. Ist die Firma in Amerika stationiert. Und sie waren sehr nett. Sie haben mich auf Instagram angeschrieben. Ob ich nicht Produkte von ihnen haben will. Ob ich nicht Produkte von ihnen haben will. Ich hole ihn dann gleich wieder. Ob ich nicht Produkte von ihnen haben will. Und ich kriege einen. Ich habe einen Rabattcode. Für euch tatsächlich. Den leite ich euch hier ein. Und ich glaube ich habe sogar den Affiliate Link. Der ist dann in der Beschreibung. Oder der Rabattcode steht nochmal in der Beschreibung. Ähm. Mit 20 Prozent. Glaube ich. Schreibe ich auch hin. Off. Also 20 Prozent weniger zu zahlen. Und. Ja. Ich bekomme einen Anteil. Wenn ihr euch was kauft. Ähm. Sie haben eine relativ lange Lieferzeit. Also ich glaube ich habe. Zwei. Einen Monat mindestens. Eher zwei Monate drauf gewartet. Aber. Es ist gekommen. So sieht mein Paket aus. Okay. Wir sagen wir machen erstmal auf. Hier steht meine Tassoße. Das ist einfach schick. Ich bin mir nicht nur hundert Prozent sicher was ich gekauft habe. Ich weiß dass ein Bandana dabei war. Aber ich bekomme jetzt auch mal hier ein. Und. Das ist das Bandana. Das ist ein Bandana. Ich habe jetzt das Rotvaskulierte genommen. Weil er ist viel schwarzer als der Kater. Und ich habe es cool gefunden. Oh stimmt. Ich habe das genommen. Ähm. Im Prinzip steckst du die Finger drauf. Hier. Und schießt sie. Und die Katze kann sie jagen. Und das letzte ist einfach nur. Ein Blauschie. Stoppt hier. Ja. Ja sie kommen alle noch von einzeln verpackt. Aber. Das ist egal. Machen wir das einfach mal auf. Ja es ist. So sieht das aus. So sieht das aus. So sieht das aus. Da haben wir den Kater. Er ist immer noch nicht happy. Mal schauen. Ich habe jetzt gerade noch mal was nachgeschaut. Weil diese, ich sage ich meine Reaktion und wie er da mit dem Spielzeug gespielt hat. Also. Hier ist mir ein bisschen komisch vorgekommen. Ähm. Da ist Katzenminze drin. Das ist ein Katnip-Toy. Ähm. Heißt Katnip-Toy. Das ist eine kleine Katze. Mit Katzenminze drin. Und jetzt. Sehr sabrig. Weil er sich gerade sehr darüber gefreut hat. Alles was dann wirklich wieder mitgespielt hat. Ähm. Aber ich werde es jetzt erst mal wieder einpacken. damit er nicht mit ankommt. Weil zu viel Katzenminze ist nicht gut. Weil zu viel Katzenminze ist nicht gut. Das nächste. Haben wir hier so ein. Eine Propellerpistole sozusagen. Erg. muss man drehen. Und dann. Bleib. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist literally ein Bandana. Und das ist das Nippe. Nichts Besonderes, meinst du gestürzt. Die ganze Handsome Young Boy ist hier ungewickelt. Und du bist so süß. Tadaa. Ist er nicht einfach niedlich mit seinem kleinen Tuxilo-Coat und jetzt du, Bandana? I love it. Okay. Tats of World ist, wie gesagt, eine Firma, die sind in Amerika, glaube ich, lokalisiert. Sie haben unterschiedliche Katzen und Hundespielzeuge. Und auch für andere Sachen. Alle Seiten der Website sind sehr übersichtlich in unterschiedlichste Kategorien eingeteilt. Und ich habe auch gesehen, dass sie momentan eine Weihnachtslinie sozusagen haben mit Weihnachtsmerch. für, also da sind Bandanas mit Rentieren und so weiter, habe ich gesehen. Ähm, genau. Wie gesagt, sie haben Hundespielzeuge, sie haben Katzensspielzeuge, sie haben auch Katzen-Winze-Spielzeuge eben. Zum Beispiel in diesem kleinen Kollegen. Und alles in allem sehr freundlich. Ähm, genau. Am besten ihr checkt einfach mal die Website aus, wenn euch das interessiert, wenn ihr vielleicht Haustiere habt. Ähm, ja. Ich schaue euch noch mal nach, wie lange meine Lieferzeit wirklich war. Aber es ist natürlich keine Überraschung, dass die ein bisschen länger brauchen, weil die eben aus Amerika rüberkommen müssen. Also es ist sehr freundlich, sehr kooperativ. Ähm, man kann mit PayPal zahlen. Das ist sehr praktisch für mich. Ähm, direkte Überweisung geht nicht. Aber, ja. Wie gesagt, hier ist mein, äh, Gutscheincode, mein Debattcode. 20%, glaube ich, sind off. Und, ja, checkt einfach gerne mal aus. Er ist absolut nicht begeistert von seinen Bandanas. Er ist dafür unso begeisterter von dem hier. Vielleicht akzeptiere ich das nochmal aus. Entschuldigung. Irgendwas über die Kirchen. Und, ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Auf meinem Instagram seht ihr nochmal genauere Fotos von den Teilen. Und folgt mir irgendwie mit seinem hübschen kleinen Bandana, seinem Halstuch. Äh, danke fürs Zuschauen. Auf zum allerbesten. Und, ciao. Wir sehen uns in zwei complicated Fides. Wie gesagt. Wösschen takt. Und Halstuch aufpassen. Ich denke, voll raus. Ichinhole dataset. Wie gesagt.